So, Herr Ader, Maya, hinter euch beiden ist die Ziellinie. Schafft ihr das? Auf jeden Fall ist es das. Wer hat mehr trainiert, was glaubt ihr? Also ich hab... naja, nicht so wirklich. Wir sind voll mit beiden. Super, das ist die Hauptsache. Ist das erste Mal, dass ihr beim Citylauf dabei seid? Ja. Schon öfter? Wie oft? Ja, drei oder vier Mal. Okay. Maya, dein Wielerlauf generell? Erster. Achso, in Solomlauf. Ja? Okay, super. Super, also ich würde sagen, Daumen hoch für die beiden. Ihr lauft für welches Team? Für das Team Reuchlin.